Kannst du mir nen Tipp geben, Lisa hat Bauchschmerzen und ich weiß nicht was ich tun soll Bauch in Träsen streicheln, Wärmflasche geben, Tee geben, fertig Ich streichle gerade ihren Bauch, aber Hör auf da Was? Mach deine Hand da weg Wovon? Ich hab mein Handy gerade verloren Das klingt, als würde es gleich zur Vergewaltigung umändern Hä, bist du behindert, ob ich was machen will Nein Ob letztlich brach das Lick auf Wenn, dann vergewaltig bloß Martin, aber Martin ist dafür Martin steht auf dominante Männer Ja, was denn was? Wenn du einen Anfall hast, dann hör auf Dieses Mädchen war einfach nur ein normales Mädchen, aber es war ein Junge Der sehr feminin aus sah Und deinen sehr kleinen Penis hatte Und deinen sehr kleinen Penis hatte Ich hab ihn draußen Ich will keiner wissen Ich schleiche mich jetzt einen Zombie an Und fühle mich dabei echt nice Er lebt noch Er lebt noch Hey, ich möchte anmerken Ich bin runtergefallen Und doch mal auf die Leiter gefallen Und hab keinen Schaden bekommen Ich fühl mich so geil Ja, so kann man schon lange Leitern und kleine runterklettern Ich bin grad Ich bin der Parkour-Experte Ich hab einen Kurs Belegt bei Shia LaBeouf Wirklich Martin Wolltest du es wirklich auf diese Spitze treiben Shia LaBeouf Du bist für mich gestorben Was war ich denn vorher Halbwegs tot Wenn du jetzt gleich ein helles Licht siehst Das bin ich Geh nicht rein Da ist ja der Weißer Da ist ein Weißer Martin Okay, habt euch Ey, Bau Du steigst jetzt in mein Auto ein Ich fahre ein nackter Mann in dem Wagen Die haben aus der Taschen-Taschenlampe Oder Nachtsichtgerät Ich hab noch ein bisschen Saft bei mir Ein nackter Mann läuft draußen rum und sagt Ich hab ein bisschen Saft für dich Was machst du? Geh weg Ih, geht weg Haut ab Okay, ich nehm den Turm durch Den ist den anderen Turm durch Okay Und ich hab nicht nur gesagt, weil der Turm gerade ein Zombie hat Sag, und das? Was? Soll ich dir soziale Unterstützung geben? Ähm, ne, ich glaube ich krieg's schon hin Ich hoffe es Wollt schon Granate werfen? Nein Ich habs fast Ich habs fast Ich habs fast XD Au Au Ich blute Alter, 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 Alter Nein 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 Komm Ich hab' Drogen Ich hab' Drogen Ich hab' Drogen Drogen, Drogen, Drogen Oh, bei Drogen sag' ich nie nein Oh Bis 5% Und wort hat dich angefasst? Warte, da ist ein Kleidungs-Shop, da müsste ich mal rein Nein Ich bin Ja, ich versteck jetzt bestimmt nicht aus Martin 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 Ich hasse dich Feuer in the hole Feuer in the hole Oh, wirklich? Oh, wirklich? Ich hab' nichts angestellt Ähm Ah, scheiße, ich hab' das Sandbändchen verpasst I have a bone to pick with you Ohhhh, ich bin so am Stirbst du gerade? Ah, mein Gott! Alter, 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 Alter mein auto ich sag dazu mal nichts hier sieht man ganz ehrlich dass du hier schon warst bei martin ist alles offen ich sehe mittlerweile eine farm und rotes auto rotes feuerwehrauto hat ein meat gedroppt leder und das war's das nehme ich mal preise mich an so ist richtig mein minion hatte gibt es vielleicht eine flair oder so das sind viel zu viele zombies das licht ist extrem stabil kannst du uns verlieren ich kann sogar behinderten zeichn machen bei der stay party oh hilf da hat jemand da schwarz ist wir sind umgedreht katana gezogen machst du schon schatz achso mach dir vor ich hab ne juri wieso hüttest du ihn auch und lässt ihn dann auf mich zu wenn ich gerade im im metal bin ich bin kurz davor ihn zu verstechen ich bin jetzt schon ein paar Schritte fach ach so ein ding und ich schwöre ich bringe dich um lu wegen dir musste ich raus tappen und durch das raus tappen hat sich portal 2 aufgang und ich musste den ganzen pc neu starten tut mir leid tut mir leid oh das war lu's schuld oh fuck dich ich hab weniger leben als du ich bin es mehr wert hier ist noch eine kettensäge bei interesse hast du generatoren gestellt oder nein was ist das was ist das ich weiß nicht lass weg hier nee nee es ist kein anderes spiel hier da die flogzeug da ist ein flogzeug vielleicht der playdrop da hinten ist ein fliegt nach runter wo uuuund es fliegt ach ich sehe es ja hinter den berg Huuuuh! Achso, okay. Was? Wait? What the fuck? Was ist das? Also, dann fack ich die... Hey. Warte, ich... Hey, habt ihr noch geblieben? Ande, our pattern is really great! 羽 able to play a Peter just realize his surreptinter是 todavía alem000 ob旻 túる? probably thinking this was a superhero movie but that guy in the suit just turned that other guy into a fuckin kebab surprise this is a different kind of superhero story mr об DAVID odd Damit wäre das schonmal geklärt Gott gepissen 10% Leben 8%, 7%, ja komm schnell Ich kann nicht heilen, ich habe keine Banagen Du Arschloch Sorry Ich hätte auf dich warten können alter Vollmund Nimm mich im Händ Hey, machst du ja alleine draus Ich hör dich nicht Ich hör dich nicht Ich hab ihn nicht oops Ich hör dich nicht schon mal Weed. I'm crying tears. Weed. Weed.